Eindeutig. Fünfmal am Tag. Ist das dein Ernst? Definitiv. Absolut. Gerne. Also meine Sachen sind alle schön gefaltet und Schank, selbst die Trainingssache, seine Sachen liegen, Handtuch unterm Fernseher etc. Ja, unterm Fernseher. Ja, warte, häng das so auf. Oder machst du das bei dir zuhause aus oder lässt es da liegen? Ja, das ist klar, ja. Ja, er ist älter. Halt dich gleich. Geht ruck-zuck an dich. Du schaust kein Fernseher. Läuft gar nicht. Wir wollen nur türkische Fernseher gucken. Aber doch, gestern durfte er, gestern durfte er besser. Stimmt. Eindeutig. Eindeutig. Ja, ja. Warum? Hast du jetzt erstes Mal das größere Bett? Ja, weil ich der Baba bin. Erstes Mal das größere Bett. Ja, und weiter. Plus hast du mehr Fläche im Zimmer. So hoffe ich. Okay. Blödsinn. Blödsinn? Definiere Blödsinn. Blödsinn? Ja, ja. Geht'snie.